hey meine lieben ich freue mich ganz arg euch ein produkt vorstellen zu dürfen das schon seit dem 16 märz auf dem deutschen markt ist und zwar unsere ganz neu entwickelte sonnencreme lichtschutzfaktor 30 für gesicht hals dekolleté und hände dafür wurde sie entwickelt es ist ein 100 prozent mineralischer schutz aus zinkoxid damit wehrt sie ab sehr verlässlich uva uvb strahlen und auch die hautschädigenden zell schädigenden blauen strahlen die uns aus allen unseren elektronischen geräten mal einfach so entgegen strahlen viele stunden am tag auch dagegen hilft diese creme sie ist perfekt weil sie gar keinen weißen effekt hat heißt die creme hinterlässt keine weiße schicht auf der haut wenn man sie aufträgt die haut glänzt nicht danach sie riecht nicht unangenehm danach die creme zieht perfekt ein und sie ist super geeignet sogar schon für ganz ganz kleine kinder ab einem lebensjahr kann man diese creme verwenden sie ist einfach super leicht auf der haupt klebt nicht glänzt nicht weiß nicht einfach eine super perfekte creme und was noch ist dadurch dass es ein 100 prozent mineralischer lichtschutzfaktor aus zinkoxid ist entspricht diese creme dem aktuellen standard zum schutz der meere der meerestiere und der korallenriffe heißt mit dieser creme dürft ihr auch an den ansonsten gesperrten strand abschnitten ins wasser also absolute kaufempfehlung und benutze empfehlung ich liebe sie zwei 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 zwei